Hallo zusammen, ich hier ist wieder, und ich freue mich wieder für euch in Battleforacer.de Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Joy-Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was wir aus einer Paragon-Kiste rausziehen können. Es handelt sich um ein tümlich cooles Toy, es schimpft sich für den Blutgott. Und wenn wir dieses einsetzen, dann werden wir zu einem Bluttroll, was sehr, sehr nice aussieht. Ich denke mal, die meisten von euch, die in Nazmir die Bluttrolle gesehen haben, haben sich gedacht, nice, so einen will ich auch haben. Und ja, die sehen auf jeden Fall schick aus, diese Bluttrolle. Und wo kommen wir das jetzt genau her? Wir müssen nämlich einmal, wer hätte es sich gedacht, quasi die Paragon-Kiste von der Talanji-Expedition uns besorgen. Und ich habe jetzt ein bisschen über 10 Kisten gebraucht, bis ich es hatte, also über 100.000 extra Ruf. Wem das jetzt alles gerade nichts sagt mit Paragon-Kisten, erkläre ich das Ganze nochmal kurz. Und zwar, es ist so, ihr müsst einmal erst einen Hordenschar haben. Ja, also alle, die nur einen Allianzchar haben, haben leider Pech gehabt. Denn dieses Toy kriegt ihr, wie gesagt, aus der Kiste der Talanji-Expedition. Und das ist eine Horden-Only-Fraktion. Diese Fraktion bringt ihr auf den ehrfürchtigen Ruf. Sobald ihr sie ehrfürchtig habt, könnt ihr nochmal 10.000 extra Ruf farmen und kriegt dann eine Kiste. Das ist die Paragon-Kiste. Und das macht ihr ein paar Mal, wenn ihr so wie ich wenig Glück habt. Und müsst dann halt eben viel extra Ruf farmen. Irgendwann habt ihr das Toy. Und was ist das Effizienteste, was ihr machen könnt? Immer wenn die Emissary-Kiste ist, also sprich diese Abgesandten-Kiste, die ihr unten seht, und die zwar hier die Talanji-Kiste ist, dann macht ihr hier vier World-Quests. Gebt die ab, kriegt 1.500 Ruf plus die 75 für jede World-Quest. Hier gibt es auch noch solche Sachen. Am besten dann die priorisieren, die nochmal 100 extra bringen. Heißt, knappe 2k kriegt ihr pro Kiste. Das könnt ihr einmal die Woche ist etwa die Talanji-Kiste ab. Und ja, so farmt ihr euren Ruf hoch. Plus zusätzlich noch hier am Missionstisch unten am Schiff. Oder jetzt gibt es ja auch mittlerweile hier oben in der Pyramide einen. Da könnt ihr dann auch so Ruf-Token-Sachen machen. Wir können mal kurz in die Pyramide reinschauen, ob da gerade so eine Quest ab ist, dass ich euch das demonstrieren kann. Und die müsst ihr halt am besten immer... Na gut, das ist praktisch, ich kann sie nicht anklicken. Aber wenn ihr diese Token-Quests macht, bekommt ihr nochmal ein bisschen extra Ruf. Da solltet ihr halt die auswählen für die Toys, die ihr noch braucht. In dem Fall jetzt für die Talanji-Expedition. Und ja, dadurch habe ich meine Kisten hochgefarmt. Alternativ kann man noch zwei weitere Sachen machen. Und zwar, man kann jeden Tag wirklich alle World-Quests in dem Gebiet machen. Ist vom Zeitnutzenaufwand jetzt vielleicht nicht ganz sinnig. Aber wenn man es wirklich ausmaxen will, kann man das angehen. Und man kann sich auch noch einen Vertrag draufhauen. Ich habe hier zum Beispiel auch gerade einen für die Talanji-Expedition noch drauf. Die gehen immer sieben Tage und bringen für jede Quest, die erledigt, nochmal zehn extra Ruf. Das gilt auch für World-Quests. Also wenn ihr eine World-Quest macht, kriegt ihr dann 75 Ruf plus nochmal zehn extra Ruf. Kann schon ganz praktisch sein. Als letztes gibt es noch die Möglichkeit, aus Insel-Expeditionen so Ruf-Tokens zu erhalten. Die bringen 250 Ruf. Und ja, da ist es jetzt auch noch so, dass man die, glaube ich, gegen Sefa-Dublonen kaufen kann, soweit ich weiß. Ist aber nicht sonderlich lohnenswert, weil die relativ viele kosten. Könnte man aber theoretisch sicher machen. Ja, das war es mit dem kleinen Toy-Guard. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.